Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüssen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, Sie sind dabei heute Abend. Spannende Geschichte. Und jetzt kommen wir natürlich zurück zu unserem Frühling, meine Damen und Herren. Wenn jetzt langsam so die Sonne fällt, dann entsteht natürlich bei Mengen und Mengen daheim der Lust, dass man doch endlich auf seinen Fenstersims, auf dem Balkon oder im Vorgärdli ein wenig anfangen könnte pflanzen. Zum Beispiel seinen eigenen Salat oder was auch immer da gerade einen könnte erfreuen und dass es anfangen zu blühen. Aber nicht jeder hat den grünen Taumen. Und mein nächster Gast, der sorgt dafür, dass man auch ohne grünen Taumen weiss, was man machen könnte. Zum Beispiel aus einem ausgeleierten Weinkistchen, meine Damen und Herren, oder aus irgendeinem Kübel oder vielleicht sogar einer Büchse, die leer umeinander steht und plötzlich da drinnen die eigenen Herdöpfel oder das Rüebli wächst. Also es ist Zeit, das in meinen Gärtner-Schurz anzulegen. Und ein herzliches Willkommen, sagt Sabine Reber, der grünen Taumen der Nation. Das ist ja schon anders. Ja, das ist ja schon ein wunderbarer Garten. Und jetzt, also so meine erste Frage dazu, braucht es einen grünen Taumen zum Gärtnern? Meine ist eigentlich mehr dreckig als grünen. Ja, meine wird jetzt hoffentlich auch. Aber man kann es lernen. Ja, natürlich. Darum schreibt man ja Gartenbücher. Da kann man es auch keine Nachlesen oder man kann es erklären. Man kann es wirklich erklären, ja. Dir selber seid ja auch eine, die es gelernt hat, indem sie es gemacht hat. Ausprobieren ist eigentlich fast das Beste. Also wenn man so etwas Sömmel hat, man muss es einfach halt... Es ist wie beim Kochen, man muss eigentlich mal anfangen und schauen, was passiert. Man tut es mal hart. Und dann ist man zwischendurch enttäuscht. Es geht nicht immer. Also ich sage immer, wenn die Hälfte klappt, ist es eigentlich schon mal nicht schlecht, wenn man anfängt. Jetzt die wenigsten haben einen Garten, aber viele möchten gerne etwas haben. Z.B. eigene Härtöpfel. Das ist nicht so schwierig. Also ich nehme Mama einfach irgendeinen alten Härtöpfel, der übrig geblieben ist. Also so sieht die bei mir im Kühlschrank hier wieder aus. Ja, eben, die kommen auch aus meinem Kühlschrank. Und dann soll sie so langsam anfangen ausschlagen. Wenn sie da ein bisschen ausschlagen, dann ist das tiptop. Und was mache ich jetzt mit denen? Ich pflanze selber immer in Köderkübeln. Wie bitte? In Köderkübeln? Köderkübeln. Ja, das ist total gäbig jetzt eigentlich. Ich habe gar keine Köderkübeln mehr. Aber vielleicht sonst irgendetwas in der Richtung. Ich mache auch mal Löcher unten drin, oder? Dass das Wasserkabel... Also die nehmen einen normalen Köderkübeln, die unten ein bisschen Löcher rein... Das kannst du jetzt dazu die Hände dreckig machen. Ja, aha. Und das füllt man bis hoch? Ja, bis hoch. Einfach guter Herd, ohne Torf, wenn es geht. Und dann kommt der Geschrumpf... Dann fragt die Leute, ob man kleine Härtöpfel pflanzen müsste, damit es einen grossen gibt. Also man pflanzt einen Härtöpfel und es gibt einen Haufen, oder so. Also es gibt auch nicht irgendwie Bonfret draus. Nein, nein, gut, die müssen wir noch machen. Also jetzt... Man tut den einfach so... ...drein. Tschüss. Und ich mache das eben so. Wenn es dann noch kalt ist... Also man müsste jetzt da noch... Oh, man könnte da noch etwas Wasser tuften. Ja, ja. Dann muss man es ein bisschen beschütten. Man muss auch in der Erde gespüren und wenn sie trocken ist... Ja. Man muss auch in der Erde... in der Erde gespüren. Ja, das ist einfach so. Dann läuft hier das Wasser raus. Und da kann man gut einfach so ein Miniatur-Gärtchen machen mit etwas Salat. Und ich tue es... Also... Also... Ah, das ist Eichblattsalat? Das ist so ein Lollosalat. Krutschdillen. Oder die werden dann gross. Und da kann man alles wild durcheinander pflasen? Ja, das ist gut. Ja, klar. Und woher habe ich die Setzlungen? Die kann man kaufen, so in der Gärtnerei. Ach gut. Also das muss ich dann doch machen. Man kann es ja selber sagen, aber wenn man wenig Platz hat und kein Gewäch raus hat, ist es fast gäbiger. Und der Schneck wird auch noch zugeliefert. Oder die Setzlungen kauft man so eigentlich, die kleinen Dinger. Also jetzt nehme ich da mal etwas raus. Ja, genau. Dann muss ich was machen? Ja, einfach planten. Ja, einfach planten. Ein bisschen auseinander machen, die Wurzeln. Nein, nur so. Mit dem Finger rein. Genau. Check. Zudrücken. Und dann Wasser geben. Und das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss. Super. Eben, der vom Wasser geben. Das ist natürlich so, wie wenn man ein Haustier hat. Die hat ja einen Hund. Ja. Den gibt man auch jeden Tag zu fressen. Das ist natürlich bei den Pflanzen auch so. Besser. Sonst klappert der Mia. So klein. Jetzt sehe ich hier etwas extrem Schönes. Das ist eine alte Böhnebüchse. Das ist Salbei. Das ist Salbei. Jawohl. Da ist Salbei drin. Eignet sich perfekt. Ja, die haben gerne warm. An diesen Büchsen wird es natürlich auch etwas warm, wenn man es auf der Terrasse hat. Das geht eigentlich sehr gut. Muss man da auch Löcher bohren? Ja. Für das hat man alte Schraubenzieher und so kann man Löcher drin hämmern. Aha. Was ist denn das für ein Interessantes? Das ist Wasabi-Kraut. Wasabi? Also für scharfe. Genau. Also es ist wie Meerrett. Man muss es dann in ein grösseres Gefäß tun. Es wird eine recht grosse Pflanze. Und was gibt der Meerrett? Die Wurzeln. Die Wurzeln. Aha. Die Wurzeln. Das ist eigentlich noch schön. Das ist eine schöne Pflanze. Dann eine alte Weinkistchen. Da habe ich Tonnenweiss. Aber kein Cheminier, den ich verbrennen kann. Das ist ja schade. Ja, gell. Und jetzt hat er hier auch eine Topenabpflanzung gemacht. Aber man kann auch Gemüse drin tun. Ja, es ist ein gutes Format. Also es ist relativ schwer, die grosse. Aber man muss es noch so herumlaufen. Es ist so eine Grösse, die man noch so handhaben kann. Hier hat ... Was ist das? Das ist ein Pfirsichbäumchen. Und das sind so neue ... Das habe ich nicht. Jetzt habe ich einfach mal probiert. Es könnte auch öpfel sein. Es könnte auch öpfel sein. Ja, genau. Es ist vorne eine Angeschreibung. Ich habe die Schild weggenommen. Aber ich weiß es auch nicht wie immer. Ich schätze. Nein, die sind ganz cool. Und da gibt es wirklich Pfirsich? Ja, ich hatte einen. Letztes Jahr hatten wir etwa 20 Pfirsich auf einem kleinen Bäumchen. Und da haben wir Abbbeeren. Das sind Abbbeeren. Jawohl. Und kann man da noch mehr, drei Stunden? Ich würde, da ist noch zu wenig drin. Also Knoblauch ist immer noch gut, oder? Das ist auch so etwas, was Leute immer nicht wissen. Das sieht aber aus wie Sibbeln. Das ist Knoblauch. Oder der Spitz gegen rauf. Also sonst auch immer, für die, die es nicht wissen, immer das Grüne rauf, die Wurzeln runter. Der Spitz rauf? Oder bei denen, wenn man es verkehrt tut, ist das nicht so gut. Also jetzt gehe ich da mal. Und das gibt nachher? Das gibt Knoblauch. Das schlagt aus. Ja, klar. Wie weit runter muss ich damit? Ja, nicht zu weit etwa so tief wie die Sibbelngrosse. Aha. Und dann können wir ja noch etwas ... Was könnte man da auch noch dazu tun? Vielleicht etwas Dill oder so. Dill? Und da haben wir Tomaten. Ja. Die ist jetzt schon am Wachsen. Genau, genau. In der Büchse. Ich tue immer das so. In die Tomatenbüchse. Damit ich im Fall, wenn ich nicht mehr weiter weiss, weiss, was ich da ernte. Ich sage gar nicht, damit der Sätzling weiss, was er zu tun hat. Er soll so etwas machen. Genau. Redet ihr eigentlich mit der Pflanze? Ja, klar. Ja, ja. So, jetzt geht Fritz, jetzt wachsen. Nein, nicht. Ein bisschen freundlicher. Schätzchen. Nein, so einfach. Ich mache ein bisschen Tomatenbiss, so gut. Und das ist erfolgreich. Ja, das ist Lebewesen. Da muss man auch eine Liebe sein mit. Also, den Dill. Ich würde auch Dill dazu tun jetzt noch. Und jetzt brauche ich aber eine Schäufe, damit das alles Platz hat. Die Mülltonnen hier, die kann man einem Nachbarn auf einen Garageplatz stellen. Das Leben, da braucht man gar nicht. Das führt immer zu grosser Begeisterung ringsherum. Es kommt darauf an, wie schön man es bepflanzt. Ich habe schon vorhin noch dazu gesehen, wenn man es sehr schön bepflanzt und das Blöde macht, dann haben die Leute meistens ja Freude daran. Also, da haben wir noch viel verliebt. Also, ich bin total angefixet. Und man kann aber auch in diesem Sinne zu Hause mit Erbschen, Affen, Sachen ziehen. Erbschen ist etwas lustiges, ja. Und das geht alles. Ja, klar. Also. Wenn wir noch etwas Erbschen sehen, das ist eine knifflige Sache. Hat er einen Kugelschreiber? Einen Kugelschreiber? Oh nein, ich kenne aber einen schmalen Finger. Nein, das geht nicht mit dem Finger. Hier muss man bei den Erbschen, vielleicht könnt ihr die schnell nehmen. Die mache ich immer so mit WZ-Rollen. Ah, das sind WZ-Papier? Ja, weil die machen enge Wurzeln und die pflanzt man dann nachher so in den Garten. Also, ihr müsst WZ-Rollen sammeln, meine Damen und Herren. Dann könnt ihr Erbschen züchten. Und dann geht ihr mit dem Kugelschreiber den Hintern und die Äbschen rein. Und in diesem Sinne gibt es eine grüne Schweizer. Und dann muss man es schütten. Ja, wieder Wasser geben und einfach etwas auf den Fenstersims tun, solange es draussen kalt ist. Das ist eigentlich wirklich sehr einfach, oder? Ist es? Und vor allem kann man eben so das eigene Gemüse machen, weil man nicht irgendwie Rostfleisch drin hat oder so. Man weiss dann nicht, was man hat, wenn man es selber gesagt hat. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind jetzt alle so auf dem richtigen Pfad für mit einem grünen Daumen unser eigenes Gemüse hertöpfen und was auch immer zu pflanzen. Herzlichen Dank, Sabine Rebert. Sie auch. Vielmehr vollkommen. Es schmeckt viel besser, das eigene Rüeble oder das Erbschen, wo es den Scheisschen raucht. Ich wünsche. Einen schönen Abend noch. Danke vielmals für den Besuch. Euch zu Hause einen grünen Daumen. Ich habe schon schwarze Finger. Und ich hoffe, wir haben euch mit ein paar guten Nachrichten einen schönen Traumbescherd heute Nacht. Das Ernst-Effekt-Format ist jetzt auch bereit. Mit hoffentlich guten Nachrichten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Nacht zusammen. Kommen wir dir noch etwas Ärzte rein? Danke, wir haben den Griff. Danke, wir haben einen guten Nachmittag. Wir haben einen guten Nachmittag. Ich bin ein guter Nachmittag. Ich bin ein guter Nachmittag. Ich bin ein guter Nachmittag. Ich bin eine Art und eine Nachmittag. Ich bin ein! Das Glück hat mich über die Nachmittag. Ich bin ein guter Nachmittag. Vielen Dank.